Benjamin Wessinger als Geschäftsführer des Deutschen Apotheker Verlags bedienen Sie ein ganz altes Gewerbe. Wie schlägt sich denn das alte Gewerbe mit der Zukunft? Wie schlägt es sich in der Digitalisierung? Ja, das ist ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis, das die Apotheker zur Digitalisierung haben. Das hat damit zu tun, dass sie sich stark eingegriffen fühlen durch den Versandhandel mit Arzneimitteln, der eben oft sich selbst als digitales Geschäft versteht, als der Online-Versandhandel vor allem. Auf der anderen Seite sind die Apotheken selber eigentlich schon immer sehr digital, also alles was ihre eigenen Prozesse angeht, was die Logistik angeht, sind die Apotheker durch digitalisierter und durch automatisierter als wahrscheinlich jeder andere Einzelhandelsbereich in Deutschland. Insofern ist es ein ambivalentes Verhältnis zur Digitalisierung. Was wir zumindest feststellen können, ist, dass in der Mediennutzung dieses auch so ähnlich ambivalent ist. Zum einen werden weiterhin die traditionellen Fachzeitschriften gelesen. Wir verkaufen weiterhin viele Fachbücher. Auf der anderen Seite wollen die Apotheker moderne digitale Produkte. Sie lesen online, sie lesen auf dem Handy, sie wollen Webinare, sie wollen E-Learnings haben. Also auch da einfach die die ganze Mischung. Sie lesen weiterhin also viele Zeitschriften, viele Bücher. Das heißt mit anderen Worten, Sie strampeln sich ab, machen innovative digitale Produkte, die kommen aber gar nicht an? Doch, sie kommen schon an, nur Gott sei Dank bedeutet es nicht, dass sie nur noch die neuen digitalen Produkte kaufen, sondern wir verkaufen auch weiterhin das klassische Fachbuch, das Lehrbuch an den Studenten und eben auch die Fachzeitschrift jede Woche. Also wir bieten den Apothekern beides und sie nehmen beides gerne an. Ja, wir haben mit rückläufigen Abonnementszahlen der Fachzeitschriften zu kämpfen und das ist bei allen Fachmedien, soweit ich weiß, eine vergleichbare Situation. Wie fangen Sie das auf? Gar nicht. Also wir haben, wir versuchen alles neue Abonnenten zu bekommen. Wir haben nicht so sehr das Problem, dass die Leute tatsächlich Abos abbestellen, sondern wir haben eher das Problem, dass Leute, die heute in den Beruf kommen, nicht mehr automatisch eine Fachzeitschrift abonnieren, wie sie das früher getan haben. Und wir versuchen alles Mögliche, um sie davon zu überzeugen, dass sie von so einem Produkt profitieren können. Aber es gelingt uns ehrlich gesagt halt, naja, nur so mittelmäßig. Wenn Sie fehlende Abonnenten oder rückläufige Abonnenten nicht auffangen können, in welche Geschäftsfelder investieren Sie dann, um zumindest den Umsatz stabil zu halten? Ja, zum einen der Umsatz, dass Sie stabil halten, zum Beispiel, also wenn es um Aboerlöse geht, man kann Preise erhöhen. Das ist eine Strategie, die sich aber natürlich irgendwann selber begrenzt, weil die Preise irgendwann zu hoch werden. Wir haben den Vorteil, dass wir bei den meisten Zeitschriften, die wir haben, auf zwei Säulen stehen. Wir haben die Aboerlöse und die Anzeigenerlöse und hatten in den letzten Jahren bei den Anzeigenerlösen gute Jahre, sodass der Rückgang bei den Aboerlösen nicht ganz so schlimm war. Ja, und wir investieren schon massiv in die digitalen Produkte im Moment. Was läuft da besonders gut bei Ihnen? Also wirklich imposante Steigerungsraten haben wir bei unserem wichtigsten Portal für Apotheker, DATS Online. Das ist das Online-Portal der Deutschen Apotheker-Zeitung mit News für die Apotheker, wo wir seit 2016 die Zugriffszahlen fast verfünffacht haben. Und da jetzt dann auch so langsam die Werbeerlöse so richtig anfangen, dann zu sprudeln, sodass sich die Investitionen langsam dann hoffentlich auszahlen. Als gelernter Apotheker und als promovierter Pharmazeut kennen Sie sich mit Medikamenten aus. Was ist die Wunderpille für die Fachmedienbranche? Oh, wenn wir die gefunden hätten, dann würde ich es Ihnen, glaube ich, nicht verraten jetzt.